Das sind die Themen. Sam Dillon back in love mit Raffi. RTL Plus bringt Silent Library raus. Geneva kündigt Matze die Freundschaft. Wir orakeln zu KDRS. E-Reel. Kündigung. Schluss, aus, vorbei. Was ist beim Ex von Mimi, Yannick, bei der Liebe los? Und dann haben wir hier noch ein paar Tipsy-Tipsys. Es wird so geil. Viel Spaß, BG. Herzlich willkommen bei Trashgoss und bei Breaking Trash 166. Ist das nicht geil? Die Themen wisst ihr ja jetzt schon. Ich würde sagen, wir fangen sofort an, weil es ist nämlich voll heute. Es ist Spickepacke voll. Das lieben wir ja. Es ist so und ich hoffe, wenn ihr das alles verstehen wollt, macht ihr euch vielleicht ein paar Notizen. Ich habe noch nie so etwas Verworrenes gesehen, wie heute stattfinden wird. Wir starten erst mal mit Be Real. Da wurden nämlich ein paar Leute aussortiert. Und zwar kurz vor X-Mas. Ist ja so. Ja, für Melody, Turboflocke, a.k.a. Kevin, Fabio, Marlisa und Ariel. Ist es Ende? Aha. Ach man. Ist es Ende? Ist aus und vorbei, was willst du sagen? Nee, ist nicht egal. Du hast ja recht, es ist vorbei. Und ich habe gelesen, dass... Bye, bye. Unimode. Das im Podcast von Melody und Ariel wurde da ein bisschen drüber gequasselt. Habe ich auch gesehen. Und die Kündigung war fristlos erst mal. Also sofort bei Ciao. Wusste ich irgendwie gar nicht, dass das einfach geht so, wenn du da schon eine Weile dabei bist. Aber... Mh. Und der Grund? Eure Geschichten sind auserzählt. Also finde ich hart. Finde ich auch nicht hart. Aber ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, bei Be Real sind von Jürgen und Olle Geschichten auserzählt. Also vor allem von Dr. Sinsen, der anscheinend noch im Cast bleiben darf, ist ja sowas von krank die Geschichte auserzählt. Weil zu jeder neuen Staffel hat er irgendein neue Alter an der Seite. Es ist so vorhersehbar. Es ist wirklich... Ich finde es sinnlos. Sinn nahmannlos. Und also bei Malisa und Fabio... Also bei Fabio muss ich noch sagen, er war zwar der kleine gute Launebär. Ja. Ja. Bei Malisa hätte mich schon noch interessiert, jetzt wo sie wieder einen Boyfriend hat. Wie das zustande kommt? Ja. Und wie ist das so? Wie leben die zusammen in der Messie-Bude? Nein, wissen wir ja, dass sie keine Messie-Bude hat. Ariel muss ich leider sagen, war mir wirklich zu doll, weil es gab jedes Mal nur krankes Drama mit ihr. Und das war nicht mehr unterhaltsam. Und Melodie habe ich in my heart. Ja. Was soll ich da sagen? Du willst reingucken. Liebe Grüße. Gerüchte habe ich noch gelesen. Ja. Auch für Gino soll es vorbei sein. Und für Cosimo und Nathalie. Bei denen zwei haben wir uns zwei eh gedacht. Eigentlich seid ihr in Köln. Nee, nicht in Köln. Naja, aber da haben sie angefangen. Ja, was macht ihr überhaupt in Berlin? Verstehe ich gar nicht. So, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wenn das eure Lieblings... Siehst du, schlägt es mir gleich die Sprache. Wenn das eure Lieblingsserie ist, fragt ihr euch vielleicht, naja, und wer ist da jetzt noch? Nur noch der Sinsen? So, ja, Sinsen und seine Frau. Und bei Xenia sind sie sich noch nie irgendwie... Da wird noch gemunkelt, ob sie bleibt oder nicht bleibt. Aber da würde ich ja erst mal sagen, dass sie ja wirklich auserzählt. Es ist so. Mancher Paar, ne? Matthias, reicht mir. Yassin war auch... Also ich weiß nicht, ob er nur zu Besuch war. Das habe ich nämlich gesehen in den Stories. Ja, und man hat es bei Diogo in den Stories gesehen. Richtig. Du hast gerade auf meinen Ring gelunscht. Ich habe es bei Diogo in den Stories gesehen. Ja. Da waren sie zusammen in einem Späti. Da gab es noch ein Dance-Battle. Yassin gegen Cosimo. Und da hast du auch die Camps im Hintergrund gesehen. Also wenn das dabei bleibt, dass das so Besucherauftritte sind, mal für eine Woche, da bin ich dabei. I'm into it. Das wollte ich nie sagen. Aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Aber Diogo gehört halt eigentlich auch nach Köln. Ja, ich verstehe es doch nicht. Und dann wurden auch noch Gerüchte laut. Max Willschrey und Alessia sagen natürlich, we're just friends. Wir spekulieren denn natürlich schon, dass sie sich bei Ex on the Beach vielleicht kennenlernen und jetzt so ein Ding am Laufen haben. Habe ich keine Lust drauf. Nee, nee, nee. Können wir so lassen und hier die Neue halt hier unten, die ihr seht. Wer ist das? Die war von Stranger Sins. Und danach war ja mit ihrem Boy Ende, dann aber irgendwie doch wieder zusammen. Danach hat es auf einmal eine Pornokarriere oder so hingelegt und dann noch Sängerin. Es ist so verwirrend, Leute. Ich habe mich da absichtlich ausgeklingt. Aber ihr wisst doch sicherlich Bescheid. Klärt die anderen mal in den Kommentaren. So, und hier haben wir Herz in den Augen, nur nicht bei uns. Nee, guckt mal. Sam Dillon und Rafi Ratschek sind wieder zusammen. Haben natürlich... Das ist die vierte Mal, so das dritte? Ich glaube auch das dritte, würde ich jetzt irgendwie sagen. Ich liebe aber, wie es angekündigt wird, gleich hier zu Hause vom Greenscreen-Foto gemacht. Das ist doch in der Kirche, Mensch. Das ist doch kein Greenscreen. Nee, das ist auf jeden Fall kein Greenscreen. Oh, na ja. Und jetzt, alle guten Dinge sind dran. Da steht es doch. Und dennoch fühlt es sich ganz neu an und wie ein Outing. Die mussten jetzt erst mal ein bisschen klarkommen über die letzten Wochen. Haben gemerkt, wir haben uns individuell weiterentwickelt. Aber die Feelings for each other sind immer noch da. Und jetzt sind sie auch bereit, die Beziehung mit der Welt zu teilen. Freue mich. Also, ich kann euch jetzt schon sagen, hier gibt es ein Ticket straight zum Sommerhaus der Stars. Und das wird Holle. Ja. Oh, nee. Das nächste Thema würde ich gerne an dich abtreten, denn du hast ja eine besondere Beziehung zu dem nächsten Mann. Ich gucke mal bei der Gerüchte streuen hier. Die Rede ist von Yannick, der mittlerweile Ex von Mimi. Zuletzt wurden beide bei Temptation Island gesehen. Oh, sie wurden gesichtet. Ich war gerade so, hä? Na ja, das hat die Beziehung leider nicht überstanden. Nicht, weil irgendwer fremdgegangen ist, aber hat einfach nicht mehr gepasst. Jetzt war ja der World Club Dome. Und da war schon fast für mich ein bisschen zu wenig Gossip im Umlauf. Ja, und das Problem ist halt, man weiß ja, wer da noch so da war und wer vielleicht eigentlich auch aus unserer Branche ist. Und ich weiß, da werden so krass viele Infos zurückgehalten. Und das nervt. So, Yannick, seit der Trennung mit Max will schreie so, wo ich auch immer so dachte, nee, Maus, warum denn jetzt mit Max? Warum denn mit Max? Der mag ja eine sympathische Ader haben. Aber so eigentlich, dachte ich so, haut ihr so vom Wertesystem nicht unbedingt so hin. Da wurde Silvester schon gefeiert und immer in den Insta-Stories schon so angeteasert. Oh, na ja, hier. Da sind natürlich auch ein paar Mädels dabei. Und Yannick, der dann zwar schon immer so reingeht, so ja, mhm. Und dann aber danach noch so ein Sprung machen mit, na ja, also für Max. Leute, ihr kennt mich ja. Ich mach das halt nie so. Na ja, und jetzt wurde er natürlich ganz oft mit der Freundin von Alessa, die ja was mit Mexel, ach nee, Quatsch, die sind ja noch befreundet. Ja, das hast du durcheinander gebracht. Und zwar Vanessa. Vanessa! Wende. Und für mich ist das, hab ich schon gesagt, eine künstlichere Mimi in Jünger. Weil wenn man mal auf ihr Profil geht, wenn man auf ihr Profil geht, sie war übrigens zuletzt bei Love Island, dann sind so viele Mimiken oder so, na ja, Gesichtszüge und so, sind schon sehr Mimi-ähnlich. Okay. Und da fragt ihr euch jetzt, wie kommt ihr denn darauf, das jetzt hier reinzunehmen? Dann unter diesem Post von Yannick wurde kommentiert, Vanessa und du in 2024, bitte. Ihr seht hier drei Likes. Einer davon ist Yannick selber. Und jetzt fragen wir uns natürlich, ist das Gemache wahrscheinlich schon? Ich glaube schon, dass jetzt so ein bisschen Ablenkung, so ein bisschen Möchtegern will sein. Ich war sowieso überrascht, er ist auf dem World Club Dome. Ich hoffe nur mit Wein, Yannick, weil eigentlich hast du ja gesagt, bist du nicht so der Party- und der Tanzbär. Aber um eine Trennung hinwegzukommen, muss man sich ablenken, das wissen wir alle. Aber bitte, bitte hört alle auf, in diesem Umkreis, in diesem Dunstkreis von Yannick. Und Yannick bitte auch selber jetzt hier so Möchtegern einen auf Playboy zu machen und so zu tun wie, na ja, ich habe ja hier schon eine neue. Das machen wir nicht. Und jetzt ist uns noch eine Story ins Auge gestochen und ihr habt es uns auch zuhauf geschickt, wirklich. Ihr seid ja so süß, ihr sagt, oh Gott, er ist bald wieder in einem neuen Format. Denn die Frage war, könntest du dir vorstellen, I2VIP mitzumachen? Ich bin bald wieder zu sehen, aber es wird kein Dating-Format sein. Ihr schickt uns das fleißig mit KDRS? Also, ja, ich weiß nicht. Also, wir würden uns freuen. Übelst würden wir uns freuen. Wirklich, huu, aber. Yay. Aber irgendwie, es wäre zu viel. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber welches andere Format, weiß ich nicht, ist ja dann bei Ninja Warrior. Das zählt ja dann auch manchmal bei den Leuten mit als Format rein. Ja, das stimmt. Take me out. Oh. Aber vielleicht ist es auch was ganz Neues. Vielleicht ist es auch was, also bei Joyn kann ja auch sein. Wir halten auf jeden Fall die Augen und Ohren offen. Yannick, ich bin mir fast sicher, dass du das hier siehst. Schreib uns doch einfach mal. Ich bin mir sehr sicher. Du kannst es uns verraten. Unsere Lippen sind verschlossen. Erstmal. Alter, Vorsicht, gleich gibt es eine Flamesbrand. Wir haben ja gerade schon gesagt, hey Yannick, bei KDRS, wir zeigen euch jetzt mal, wen wir da eher vermuten. Und hatten auch in dieser Woche einen kleinen Frage-Button reingehauen, wo ihr fleißig reingeschrieben habt. Ein paar Namen haben wir natürlich schon straight aussortiert, weil man weiß, naja, die sind halt im Dschungel. Also können wir Junior aber jetzt wahrscheinlich nicht teilnehmen. Und auch andere. Aber wir haben mal orakelt. Wir haben Namen von euch mit einfließen lassen. Und es ist natürlich auch viel Wunschdenken dabei. Unter anderem, nicht bei allen. Und zwar als allererstes haben wir Dana. Dana ist die Ex von Gigi. Für alle, die jetzt gerade kein Bild vor Augen haben. Ist auch gerade in Thailand. Und da ist jetzt die Frage, gerade ist sie noch am Reisen. Ist das nur die Vorbereitung, sage ich mal. Und dann bleibt man da für KDRS. Die Frage ist ja, mit wem ist sie denn am Reisen? Dir ist ja was aufgefallen. Uns ist da was aufgefallen, hast du recht. Und euch, also eigentlich ist es euch aufgefallen. Wir müssen das jetzt manchmal nicht immer verkaufen als wenn. Ich dachte dir. Ach nee. Mann, ey. So, ihr seht es hier. Dana ist am Reisen an der gleichen Location wie ein gewisser Richard Heinze. Der war mal bei Köln. Und den haben wir auch schon in irgendeinem Format gesehen. Aber ich weiß gar nicht mehr, war der schon bei KDRS? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, cool, wie wir wieder recherchiert haben. Habt ihr überhaupt einen roten Faden? Ich glaube nicht. Und dann hat er nämlich noch so ein ganz süßes Sunset-Reel gepostet, wo sie schreibt, ach, das sieht aber schön aus, sieht schön aus. 100 Sparkle. Und jetzt wird natürlich vermutet, ist das vielleicht ihr neuer Boyfriend? Andererseits wird uns auch viel geschickt. Tim, ja, von Love, Fool aktuell, ist auch immer an der gleichen Dings. Also, was ist das für ne Reisegruppe? Aber Dana und dieser Boy fände ich süß. Oder es ist wieder was vom Management oder so, dass viele das gleiche Management haben und dann da zusammen so ne Eise machen. Ja. So, weiter geht's. Maurice, der Fuß klemmt. Mein Fuß klemmt. So, der wäre für mich natürlich prädestiniert dafür, bei KDRS dann teilzunehmen und diese Spiele ordentlich zu verkacken. Ja. Es ist auf jeden Fall auch ein bisschen ruhiger um ihn. Ich will ihn jetzt nicht als Wunschkandidat in dem Sinne bezeichnen, aber ich will, dass der dort einfach auf die Fresse fällt. Ich sag dir, Alice, ich hab ne Hassliebe für den. Ja. Weil er auch zwischendrin geckig sein könnte. Das nervt mich. Und, ach, der ist ja kein Single, aber ohne Ricarda, wo er wieder dann Frauen runter macht, könnte ich es mir vielleicht besser angucken. Ja, vielleicht. Wir gehen ja hier schon echt krasse Kompromisse ein. Dann haben wir hier noch Flocke mit dabei. Weil er würde sich natürlich sehr drüber freuen, aber irgendwie, es wäre für mich auch zu früh. Ich weiß es nicht. Naja, jetzt nach Forsthaus. Das Problem ist nur, bei KDRS wird ja auch häufiger mal Alkohol getrunken und Flocke auf Alkohol gefällt mir leider gar nicht. Gar nicht. Calvin, natürlich. Calvin ist doch auch schon weg. Ist das nicht so? Calvin ist schon weg und er hat wohl bei seiner Silvester-Home-Party einfach gedroppt. Ja, ja, ich fliege wohl am 2.1. schon nach Thailand. Ach, cool. Aber Calvin ist für mich auch ein Kandidat, wo ich sage, natürlich, warum war er denn da noch? Da noch, ja. Hä? Was ist da los? Das fehlt ihm ja noch in seinem Repertoire. Wer ist denn das hier nochmal? Das ist Max Kruse, der Ehemann von Dilara, die wir jetzt zuletzt bei Promi Big Brother gesehen haben. Und normalerweise... Die Süße! Ja, mit der getapeten Nase. Richtig. Und normalerweise haben wir immer nochmal so einen alten Fußballer oder irgendwie so eine gescheiterte Existenz haben wir immer nochmal mit drin. Du, 14 Fußballclubs oder so. Das ist wirklich... Also der hat jetzt keine Vorzeigelaufbahn im Fußball hingelegt. Okay. Obwohl er hätte das Potenzial gehabt. Alles klar. Hier einmal wöchentlich Fußballtalk mit Lainer. Kommt für euch 2024 irgendwann. Maurice! Maurice Schmitz von Prince Charming. Denn er hat nämlich eine Story gepostet. Guck mal hier. Ich nehme mir eine spontane Auszeit. Flughafen Frankfurt. Auf geht's. Bis bald. Und dieses Palmet-Emoji, habe ich das Gefühl, ist so ein kleiner Code für... Code? Kleiner Code für... Ich bin in einem Format. Und es wird KDHS sein. Oder Love Island, aber das glaube ich halt nicht. So, und wir haben ja bei KDHS auch immer jemanden von den Charming Boys eigentlich dabei. Ist so. Und Lena war so unfassbar doll im Oracle-Modi. Ja. Lies einfach jetzt mal vor. Also Jenny Elvers ist klar. Der Sohn war schon drin. Lars Steinhöfel. Damit hätten wir jemanden hier von unter uns und GZS-Tit und irgendwie so mit drin. Paulina, sage ich euch ehrlich, ist eine Wunschkandidatin von mir. Lena Lyobas. Sehe ich aber irgendwie. Weil sie war ja auch schon mal als Begleitung von Yassin und irgendwie wäre es jetzt so ein Full-Circle-Moment. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, 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 ja. Anna-Karina Wojciak, Ex von Stefan Mroos. Und, ähm... Das ist jetzt mal was ganz unangenehm. Mroos. Wie hast du nun immer ausgesprochen? Oder was? Stimme. Was? Du kannst jetzt zusammenreimen. Was mit Stefan Mroos zu tun hat und mir. Oh Gott, du fandst den sexy. Nee, doch. Mann, oh hey, warum? Was ist das? Okay. Naja, auf jeden Fall. Sie war zuletzt ja bei Die Verräter. Und ist für mich, das ist so klar, dass sie daran teilnehmen muss. Alles klar. Valentina hat zuletzt rausgehauen. Naja, sie nimmt demnächst wieder an einem großen deutschen Format teil. Und ich hoffe einfach so sehr, dass es nicht der Dschungel ist. Deswegen habe ich sie hier reingepackt. Das Dschungel wäre ja Hölle. Das wäre auch Hölle. Naja. Mit Dani Büchner hätten wir halt so eine Mutti. So eine Iris Klein, die als iPad eingezogen ist. Richtig. Auch wieder eine Kandidatin, wo ich sage, hä, die war noch nicht? Jawolli. Wer ist denn die hier, die so erschrocken guckt? Oh, Foto? Elsa, wo ist Gina, Lisa? Elsa zuletzt bei Forsthaus Rappensau. Lass ihn frei. GNTM. Und wir haben immer eine Ex-GNTM-Kandidatin dabei. Ja, finde ich gut. Und wir haben auch immer Zwillinge. Ja, da haben wir jetzt mal die Love-Island-Zwillinge. Oh, Vanessa und Jenny? Oh, bitte Vanessa und Jenny reingehauen. Wenn euch noch ein Zwillingspaar einfällt, was jetzt irgendwie stattgefunden hat die letzten Jahre, ich hätte ja auch gerne mal ein männliches Zwillingspaar. Oder vielleicht gibt es noch mal welche, die bei Bauer sucht Frau oder so teilgenommen haben. Ja, so ein... Hatten wir jetzt hier noch einen Schlagermensch mit drin? Naja, sie macht ja immer so ein bisschen Schlager. Die Woltschen? Die Woltschen, die macht immer Schlagy. Gut. Na? Das war's. So. Und jetzt gibt es hier ein geiles neues Format. Es ist so. Und dieses Mal bei RTL Plus es heißt Shut the fuck up. Silent Library. Und manche von euch sagen, jetzt weiß ich, Silent Library, irgendwas klingelt doch da in mir. Bei mir klingelt ja nur MTV. Richtig. Japanisches Format, da hieß es, glaube ich, Fist of Zen. Ja. Aber da mussten die ja nur schmerzhafte Aufgaben machen in der Bibliothek, manchmal, glaube ich, auch in den Zen-Garten oder irgendwas und durften halt keinen Ton, keinen Mux. Ich hab das geliebt mit irgendwelchen hier Gummibändern. Schlimm war das aber. In die Fresse klatschen. Hier, Paper Cuts. Ja. Ich dachte, was ist das? Saw? Ja. Saw im Fernsehen? Und das gibt es jetzt auch bei RTL Plus. Und zwar, ich sag's euch gleich von Anfang an, geplant sind acht Folgen, jeweils 15 Minuten, also wenig. Na ja, was soll ich sagen? Ich dachte, hier steht, wann es losgeht. Steht da nicht, aber es steht da, welche Teams da sind. Los, und zwar, wer ist in einem Team? Und zwar haben wir einmal das Girl-Team anscheinend. Reality Divas heißt das Team. Och ne, das bin ich schon wieder kacke. Passt doch aber. Na ja, wir haben mal Lisa, wir haben Kate, wir haben Cis-Cat, also Franziska. Es ist so krass, ich lese Franziska Temmel, denke, keine Ahnung, wer es ist. Ich musste die googeln. Ich dachte, was naja, wenn hat es mir denn jetzt hier aufgeschrieben? Wenn da steht Cis-Cat, sage ich, na klar, die Franzi. Dann haben wir Eva, Benetatütata. Betattoo. Und Christina? Dimitriou. Die, by the way, oppala, hier auch drin ist. Das nächste Team. Oh, Reality, ähm, Männer, Männer. Masculine Mannes? Masculine Mannes. Salvatore, wo ich auch schon gedacht habe, ach cool, Christina und Salvatore, ist wieder chillig zwischen euch oder begegnet ihr euch gar nicht? Antonino von Aito. Hab ich geil. Hab ich geil. Naja, Fabio, Fabio und Cosimo, da sage ich wirklich, ihr seid, also ich verstehe das nicht. Also Cosimo verstehe ich vielleicht noch. Bei Fabio denke ich, warum wirst du so krass oft gebucht? Null? Weil irgendwie gibt er mir jetzt nicht ganz so viel, weil er ja wie hier unten schon lunscht mit seinem Hut, siehst du ganz genau, dass hier eine Frau angestript wurde, die es nicht so geil fand vielleicht. Und oben haben wir noch, äh, wie hieß er? Adriano. Adriano von Love Island. Ach stimmt. Und von Skate Fever. Oh nee, und der ist doch auch mit dem Endmodel zusammen von GNTM. Ja, ich weiß, hab vergessen, wie sie heißt. Claudia mit K. Und das ist für mich ein Dilloo-Paar, aber geil. die gucke ich gar nicht so deep, von denen will ich einfach nur eine Show sehen, die brauche ich jetzt hier nicht drinnen. Und dann gibt es noch zwei TikTok-Teams, es gibt noch Generation YouTube und Team Wrong. Mit Lena Meckel und David Helmut. Und die lieb ich einfach nur. Jetzt sag ich mal ganz kurz, sind die zusammen? Ja, aber bei der ersten Staffel Wrong wusste das irgendwie noch keiner, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ich hab bis heute noch nie rausgefunden, obwohl ich auch den Podcast von den beiden höre. Ich dachte immer, die haben sich da kennengelernt und dann irgendwann bei der zweiten Staffel Together, weil die haben ja auch in der ersten Staffel ein paar gespielt und in der zweiten ja auch. Aber ich glaube, das ging schon kurz vorher so ein bisschen los und die sind einfach nur cute. Und wie ich auf die beiden gekommen bin, natürlich über meinen Favorite Account, Melissa Dobritsch. Ja, Gott, das nehmen wir so. Für mich ist das, was ich hier sehe, wenn du jetzt noch sagst, die sind cute, ist das für mich eine Unverschämtheit, dass diese zwei tausenden Couples sind auch noch. Und du würdest auch flippen, wenn du bei denen aufs Profil gehst, was die aus so einem 70er-Jahre-Flachbau übelst cool gemacht, übelst geiles Interior und die sind ja auch geckig und die sind so drin in der Trash-TV-Szene. Die machen immer Exelisten zu Aito. Irgendwie hätte ich ja aber Bock, dass wir mal mit denen irgendwas reacten, aber ich glaube, ich kann dann nicht normal sein, weil ich so bin. Ich bin starstruck. Yes. Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt und das wird genauso ein Folterformat wie bei MTV damals, nee, es gibt auch ein bisschen was schmerzhaftes, aber es sind auch lustige Challenges dabei. Guck mal, Cosimo muss irgendwas trinken, natürlich, und hat doch hier, was ist denn das hier? Das ist doch irgendwie... Ach, Schocker! Na klar! Elektro und Elektro! Das ist ein Elektro... Ja, Elektro-Schocker, Mann. Elektro-Schocker. Wir ergänzen doch unsere Sätze. Es ist so, ich liebe auch die Library, wie sie hier hinten aufgebaut ist. Dann haben wir noch Kate, die muss sich irgendwas... Keine Ahnung. Auf die Zähne schmieren oder auf die Zunge. Oh! Kugelinkugel in die Nuts, in den Nutsack? Nee, Leute, das kann ganz... Oh! Ja, keine Ahnung. Hoffentlich vielleicht... Ich liebe aber sein Shirt. Ich liebe sein Shirt besonders. Also echt klasse. Einfach toll, aber es kann ja anziehen, was man möchte. Und Salvatore kriegt hier Wästeklammern rein, wird abgezogen. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, wir gucken da rein. Aber vielleicht in den Storys? Und ich glaube, da kann man so geisteskrank den Kopf komplett ausschalten. Also es nicht mehr berieseln lassen, sondern du machst die Birne hier oben, die Funsel machst du aus. Geisterkrank. Ja. Ach, man... Ja. Uh! Jetzt wird es noch mal ein bisschen tricky und da hoffe ich für euch, dass ihr eure letzte Folge Breaking Trash angeguckt habt, wo es nämlich um einen TikTok von Henna ging. Richtig. Und darauf basierend munkelt man zumindest. Gibt es jetzt eine Freundschaftstrennung? Ja. Freundschaftskündigung? Co-Parenting-Videokündigung. Die haben ja immer so Videos zusammen gemacht. Oder das machen wir jetzt nicht mehr. Ja, Vlogis. Und es geht um Geneva, Rili und Matze, Matze. Hohnhöhne. Hohnhöhne, Hohni. So, die haben ein Kind zusammen, Co-Parenting, die waren alles, es war alles wunderbar und jetzt hat Geneva eine übelste Story rausgehauen. Es ist vorbei mit Matze und mir. Auch auf freundschaftlicher Ebene. Aber was ist denn da passiert, Geneva? Etwas gravierendes. Ich würde niemals sowas posten, wäre es nichts gravierendes. Und das wisst ihr auch. Und es hat auch nichts mit Milan zu tun. Das ist das Kind. So, klar könnte ich auch einfach raushauen, aber das mache ich bewusst nicht, weil mein Sohn mir wichtiger ist als Spekulation. Er soll später von den betroffenen Personen erfahren, nicht aus Google lesen. Ich mir auch denke, also bestimmt steht das in 18 Jahren bei Google noch drin, was hier passiert ist. Auf jeden Fall deutet halt alles darauf hin, dass es jetzt hier sich knickert um so einen Läppchen Streit handelt und unter der letzten Breaking Trash-Folge wir wollten uns eigentlich nicht dazu äußern, obwohl wir ja auch Vermutungen haben, hatten, hätten und ihr seid halt natürlich bei Matze und Jakob hängen geblieben. Jakob, der dann praktisch seine bekannte Reality-Star-Freundin betrogen haben soll. Kate? Kate. mit Matze, der die Situation-Ship ist. Ja, aber nicht... Von Henna? Genau, und Henna, die halt schwanger ist von jemand anderem. So, und es ging nämlich darum, was, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, und was ist jetzt daran so schlimm, dass die jetzt hier was hatten? Er, also, wenn das jetzt so ist, wenn... Spekulatius. so. Wenn es so ist, wie Henna sagt, und es um die Person geht, hätte Jakob Kate betrogen, im Malle-Urlaub. Henna hat Kate geschrieben, der betrügt dich. Matze... Nee, auf einem Event haben sie sich gesehen, da hat sie alles ausgepackt. Okay, dann so. Matze hat zu Henna gesagt, du musst das wieder zurücknehmen vor Kate, um seinen Bro Jakob zu schützen. Wenn du das nicht machst, droppe ich die Pregnancy. Das ist... Ich kann... Mir fehlen die Worte, weil ich gar nicht weiß, auf wie vielen Ebenen das schluss... Es ist so schlimm einfach und es würde aber einfach Sinn ergeben, weil man weiß, dass Henna mit Jakob und Matze auf Malle war. Man weiß, dass sie was mit Matze hatte. Ja, deswegen... Es ist, ähm... Aber... Wahnsinn. Ja, ich möchte jetzt aber trotzdem... Ich habe jetzt noch nicht so die Hard-Feelings ihm gegenüber. Er ist mir eigentlich scheißegal, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, weil mir ist das noch nicht bestätigt genug. Ja. Wenn das so ist, sage ich... Abschaum! Sendezeit! Sende! Over! Für beide von euch. Ihr werdet dann genauso behandelt, wie Sebastian Jota. Ihr fliegt ins Exil. Jetzt gibt es noch geile Tipps für euch fürs Weekend, wenn ihr da noch nicht reingeschaut haben sollt. Als allererstes, Reality Backpackers startet genau heute, wenn ihr es Freitag guckt, startet es auf Joy! Und zwar immer mit Doppelfolgen. Also es kommen immer direkt Doppelfolgen raus. Also eigentlich geil für ein Freitag-Evening. Auf dem Freitag jetzt so gesagt. Und natürlich sind da bekannte Gesichter auf der Schnitze. Es ist so. Wie gesagt, für alle, die uns noch hören, Tommy, Cosimo, Melody, Lena, Chivello, Riania, Cecilia, Christina, Tara und noch jemand. Luis heißt da. Luis auch. Luis Tinder King. Wir werden dazu keine Reaction machen, in dem Sinne, wie ihr sie kennt. Ja. Wir wollen dazu Interviews führen mit den Teams oder immer einer Person von dem Team. Und diese Interviews möchten wir ein bisschen anders gestalten. Da sage ich, lasst euch überraschen. Aber guckt einfach vorher schon mal rein. Das wird wichtig sein. Ja. Zweiter Tipp von mir. Oh, wirklich? Du hast jetzt auch geguckt. Ich habe jetzt reingeguckt. Es ist für mich wie ein brandneues Format. Toll. Ich habe so viele Fragen. Es geht um die Bachelors. Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, der lebt hinter dem Mond. Es gibt nämlich dieses Jahr zwei Bachelors. Und zwar Dennis und Sebastian. Und das ist für mich der Wahnsinn. Diese Show ist so geil. Der eine ist so, also Dennis ist einfach, oh mein Gott, so viele Frauen. Ich bin im Himmel. Ich will alle. Das ist meine Wolke sieben. Und eigentlich würde ich alle gerne mal testen. So. Und dann haben wir einen Sebastian, der halt für mich ein kleiner Romantic Boy ist eigentlich. ich möchte nur mit einer Frau reden, dann hole ich mir die nächste ran. Und mir ist Humor ganz, ganz wichtig. Süß ist er. Aber ich finde ihn süß. Wen nach der ersten Folge, wessen Team bestest du? Sebastian. So. Und soll ich dir jetzt mal was sagen on cam? Diese zwei erinnern mich an, ach, habe ich dir ja schon geschrieben, an zwei Personen aus unserem privaten Umfeld. Und deshalb gucke ich das nämlich auch mit so einer kleinen... Cringiness? Ja. Es ist ganz komisch. Aber ihr müsst da reingucken. Es ist ganz toll. Bezaubernde Frauen dabei. Crazy Frauen dabei. Und wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt seid, geht ihr bei uns bei Insta aufs Profil. Es gibt nämlich die Bachelors im Highlight-Ordner. Und da habe ich euch mal meine Favorite-Szenen zusammengesucht. Zehn. Außerdem gibt es bald die erste Folge bei RTL Plus. Und nächste Woche Mittwoch seht ihr es dann im Free-TV. So. Und du hast doch jetzt auch noch abschließend irgendwas für die Menschen gebraucht. Ich will eigentlich nur sagen, dass ihr bitte, bitte... Das ist eine Hausaufgabe, die ich euch heute mitgebe, weil ich habe leider keine Zeit. Heute ist das große Turmspringen. Unter anderem dabei natürlich der Pazzo Herb, Aurelia Lamprecht und verschiedene andere. Und ich möchte bitte, dass ihr zu Hause auf eurer Couch sitzt und ihr Zeit habt, dass ihr dort mal bitte reinzappt und uns danach mal so sagt, wie es so war. Ihr könnt uns auch gerne ein paar Videos schicken, wenn da was Lustiges passiert oder uns verlinken. Dann werden wir das reposten. Und dann wünschen wir euch jetzt ein tolles Wochenende. Toll, toll. Von uns kommt am Wochenende auch noch ein Interview zu Love Fool. Können wir auch schon sagen, mit wem? Ariel. Richtig. Ich spuck's raus. Kommt noch was? Good luck, guys. Good luck, guys. Wahrscheinlich das Finale, ja. Also ihr habt so krass viel zu tun am Wochenende. Falls ihr nichts Besseres vorhabt, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr das einfach nachholt und uns ein Like-Talast, ein Kommi, das vielleicht mal shared und uns folgt, wenn ihr das noch nicht macht. Wirklich, das fände ich toll. Es ist mein Geburtstagsmonat. Ich habe jeden Tag fast Geburtstag. Also schenkt mir diese Freude. Und seid so wie ihr. Bleibt. I'm gonna take my horse to a local road I'm gonna ride till I can't go more Out of the ring. Der Rätste lässt Vom Kackwurstmann Oh, Lena! Die Kette! Ja, weil der endlich... Was wolltest du sagen? I feel good! Oh, herfliche... Dancin! Sorry to go now. Das sind die Themen. Sam, don't... We're back and long! Hahaha! Hahaha! Bah, bah! Pannelabeless! Het is my co... What? Assel? Haha! Hahaha! Ja, ja.